Sorry to keep you waiting, complicated business. Wollt ihr mich komplett verarschen? Hä? Letztens jemand zu mir so, ich habe die Uni abgeschlossen. Günther 52, Hausmeister. Das ist aber richtig hart hier. Das ist Level Asian, Mois. Nein! Jetzt geht es aber los hier. Kennst du den schon? Gehen zwei Eskimos nach Hause. Tschüss. Hä? Oh Mann. Du fährst doch gleich außen rum, ich sehe es doch. Ich würde es gerne machen, aber das Video ist aus meiner Perspektive und dann ist es ein bisschen belastend. Oh fuck you. Nicht an der Seite, du musst über die Baumstämme. Hä? Ich jump hier rüber, ey. Du Schwein, Junge. Nice! Du bist richtig das Schwein. Digga, das ist doch kein geiles Level. Was? Doch, abwarten. Wie nennt man einen Polen ohne Arme? Okay, sag mal. Eine Vertrauensperson. Was ist... Erklärung? Er kann nichts klauen. Jaja. Digga, was ist... Salz ahnt es nicht. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein. Oh Mann. Okay. Du bist doch wieder... Nee, ey. Ich muss mich konzentrieren hier. Wenn ihr noch nice Witze habt, ne? Schreibt sie in die Comments. Wo geht's hier lang, ey? Wo geht's denn hier lang? Hahaha. Was ist weiß und stört beim Arbeiten? Erzähl. Ein Flugzeug. Hast du den gerade ausgedacht? 9-11. Boah. 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 Deckmantel der Kunst. Ich tarne mich unter dem Deckmantel der Kunst. Wo geht's denn hier lang wieder? Ich sag mal so. Für ne Level Asian ist sie schon sehr... Waldbelastend. Ohohoho. Jetzt bleib ich hier hängen. Oh nein. Ich auch. Gleiche Stelle, Mois. Ja. Boah. Boah. Wollt ihr mich komplett... Alter. Prestige Clips, Leute. Ich schwör's euch. Ja? Ja. Mal wieder. Was ist das denn? Digga, du musst übers Haus jumpen, du Schwuchtel. Ja, ich guck erstmal, was hier abgeht, Mois. Du bist so ne Missed, ey. Ich bin nicht abgestiegen. Ja, toll. Charles, der Ehrenmann, ihr kennt es doch. Das ist ja richtig hart. Charles hat nämlich wieder nach Level Asian Hart gesucht. Da kommt sowas daraus. Weißt du, das Ding ist einfach, wir sind viel zu gut. Daran wird's liegen. Wir sind zu gut, Mann. Wenn ich ihn im Baum gefahren. Ja, hab ich gesehen. Boah. Mois. Ich hau dir den Spaten rein. Mois. 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 Boah. Houdini oder was? Was? Hä? Nein. Okay, jetzt wird's aber rough hier. Jetzt geht's los, glaube ich. Was geht ab, Mois? Oh. Nice. Das war für den Rekord, Mann. Das ist richtig rough, Mann. Ich muss erst mal gucken, die Bank hat auch nichts damit zu tun, oder? Das doch. Die wollen uns in die Irre führen wie Labyrinth. Moin. Oh nein. Oh nein. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das gibt mich, oder? Ich glaub, du musst... Ah! Oh hart, Mann! Der war nicht schlecht. Oh, Mois, ey. Ich weiß. Ich bin nie schlecht, Mois. Aber auch nicht gut, Digga. Wo ist eigentlich Scuffy? Das war Hull. Ich hab ihn lange nicht mehr gesehen. Real Talk. Keine Ahnung. Wer hat Aix, oder? Mal wieder. Mama, Mama, mein Kopf tut weh. Ja. Geh weg von der Dartscheibe. Oh. Oh. Das ist einfach nur Scheiße, ihr Mann. Einfach nur Scheiße, Mann. Oh nein! Das ist Content, der die Welt überdauert, ey. Wenn in den USA der Vulkan hochgeht. Kennt ihr die Story da im... Ihr Dings? Es klingelt an der Tür. Ja. Hallo, ich sammle für ein Altersheim. Oh ja, kleinen Moment bitte. Ich hole meine Schwiegermutter. Ich lach jetzt nur... Richtig witzig. Ich lach jetzt nur, um das Video zu pimpen. Wenn ihr Weihnachten unterm Tannenbaum sitzt, erzählt solche Witze. Ja. Und ihr werdet garantiert nicht... Ihr kriegt nix geschenkt, ich schwör's euch. Ihr kriegt ne Packung Dominosteine, das war's. Oh. Ein Baum behangen. Allein dieses Baum behangen, ne? Ich hab das noch nie gegessen. Jetzt müssen wir hier warten, bis der Zug vorbeifährt. Digga. Wir haben ja auch sonst nix zu tun, ne? Real Talk. So. Ich hab's geschafft! Ja moin! Ja moin! Doch! Halt's Maul, warte auf mich. Ist ne Digga. Ich hab grad... gar nicht mitgemacht. Okay. Ich such jetzt auch ein... Ich such jetzt ein Joke raus. Und guck in der Zeit, wo du bist. Ein Joke, Alter. Deine Jokes sind nicht. Wie nennt man jemand, der so tut, als würde er etwas werfen? Einen Scheinwerfer. Scheinwerfer. Skrrr! So nennt man mich im Club. Okay. Ja. Denn ich werfe die Fuffis durch den Club. Der muss noch höher, ne? Ja. Ja. Ich telle dir auch nicht, wo du lang musst. Du musst auf jeden Fall... Ist das hart, Junge? Okay, da... Na, okay. Okay. Das geht eigentlich. Ich hab ihn. Mois. Ich glaub, es ist wieder Zeit für einen bahnbrechenden Witz. Oh ne, doch nicht. Hä? Willst du mich verarschen? Wie hast du das denn so schnell gest... Du bist doch gerannt. Du bist da doch hochgeklettert, Mois. Kannst du doch nix erzählen, ey. Die Cam ist nicht auf dich gerichtet. Och, Digga. Oh, shit. Mois. Das ist... Nee, ey. Der Strecki ist wieder... Wenn man nicht hinguckt, dann nutzt er alles aus, ey. Real Rap. Wie wechselt man Glühbirnen in der Küche? Wie? Scheißegal. Die Frau kann auch im Dunkeln kochen. Deckmantel der... Deckmantel der Kunst. Wir lieben auch dich, Scuffy. Ist ganz klar. Ich vergrab mich unter dem Deckmantel. Digga! Wie hast du das eben geschafft, du Spillag, ey? Hä? Der war richtig easy, Mois. Du hast lange keinen GTA mehr gespielt, ne? Dir fehlen die Skills. Nee, ich kann grad echt nichts. Ich lese hier noch Witze, du Penner. Okay, ich suche auch noch einen raus, okay? Du hast eben auch gar keinen rausgesucht. Rausgesucht? Das ist angekündigt. Und nicht gemacht. Schalt's dir ehrenmal. Warum geht der Sarg nicht auf? Weil ein Zuheld... Ist ein Zuheld da drin. Ja, der war gut, oder? Wie viele Microsoft-Programmierer braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Keinen. Keinen. Dunkelheit wird zum Standard erklärt. Ja, moin! Sorry! Ich bin nochmal raus. I'm sorry. Alles klar, Digga. Ich beende jetzt den Stream. Jetzt musste so eine Tür... So ein Geräusch von so einer knarzenden Tür so... Okay, sorry. Ich entschuldige mich von jeglichem Content, der... Ne. Vielen Dank für die 217 Abos. Lit as fuck, man. Welche? Gelitten. Gelitten, geschliffen, wie... Wie ein Chinese auf dem Pferd. Heck. Digga. Ja. Ja, der war eigentlich... Der ging, ja? Okay. Kann man machen. Spontan. Spontan gezündet. Ja. Bist scheiße, aber egal. Spontan gezündet, wie Attentäter, der die Chance wittert. Äh. Yo. Moin. Wie dieser Dude gestern mit seiner Frau. Ich bleib hier hängen, Digga. Gestern hat doch so ein Typ seine Frau angezündet. Äh, ja. Ähm. Valid, hab ich gehört. Boah. Deckmantel der Kunst, das ist alles, ihr wisst es. Schwarzer Humor. Ja. Wie Eddie Murphy. Ja, moin. Okay. Ist das schlecht, Junge? Ist das scheiße? Moin. Okay, hier muss ich hoch. Es ist Zeit, einen Witz rauszusuchen. Der Strecki ist so weit hinten, der kann ja gar nichts. Ich hab meiner Freundin den Rollstuhl geklaut. Aber ratet mal, wer gleich wieder angekrochen kommt. Der nachher wieder angekrochen kommt. Ja. Oh, Digga. Du hast ja echt neue Witze rausgesucht. Danke, danke. Hatte alle ausgedacht. Hier, TV-Total, Witze-Schreiber. Was steht auf den Grabstein eines Spanners? Okay, den lese ich jetzt nicht vor. Er ist weg vom Fenster. Äh, ja. Es gibt zehn Arten von Menschen auf der Welt, die einen verstehen das Binärsystem und die anderen nicht. Ja. Ja, moin. Verstehst du? Ich verstehe das, Mathematik und so. Na, wie ist denn das Wetter heute? Das waren aber nur zwei. Ja. Darum ja. Hä? Du bist doch wieder, ich kann jetzt nicht lesen, du bist schon wieder hier am Kommen. Am Kommen. Ich seh' dich doch. Ja, moin. Ich bin kommen, wie allgemein wissen. Und geht ein Pommes um die Ecke und knickt um, ey. So, ähm. Uh, da hinten geht's aber ab, da sind Rampen und so. Stimmt. Na, da hast du ja was ganz Feines rausgesucht wieder. Danke, Charles. Ähm. Ich konnte mal irgendeinen Witz, äh, warte mal. Äh, ja. Ähm. Äh. Whiskabasa hat jetzt eine Million Abos. Einfach mal Thema wechseln, so wenn dir nix einfällt. Jo, jo. Schreibt's in die Comments. Habt ihr's gefeiert? Weihnachten ist bald. Einfach so, dir fällt nix ein und dann so, hm. Ähm. Jo. Äh, das Wetter und so ist ja jetzt, äh, ist ja nicht so schön draußen. Ne, ist kalt, ne? Hab ich gehört. Ja, das ist, äh. Äh, aber es gibt ja auch Jacken, die, also Jacken, kann man auch ans... Nein! Nein! Es gibt auch Nacken, so wie es scheint so. Schaut's nochmal an, die Witze auf dem Golfplatz. Da hab ich einen Witz gedroppt mit dem Elefanten. Mit dem Elefantennacken. Den hab ich falsch vorgetragen. Echt? Ja, der war richtig geil. Ähm, ja. Ne, man kann im Winter ja auch Jacken anziehen und dann geht das mit der Kälte. Real Rap. Also, solltest du mal Kälte verspüren... Das ist so ein Mythos, glaub ich. Ne, Google, ernsthaft, das ist ne neue Erfindung. Google mal Jacke. Oder... Anorak. Nicht zu verwechseln mit Ammoniak. Und dann kannst du... Ist dir warm. Hör dir mich fäcken. Hör dir mich fäcken. Hör dir mich fäcken. Apo red, ey. Setz dich nicht zurück, dann bist du am Arsch. Ne, ich fahr hier den Shit. Legit. Hä, wo geht's denn hier lang? Nur wenn ich streamen, bin ich nicht behindert. Ach ja, die... Ey, ich sag dir, dieser Strecki, ne? Der ist auch einfach eins miese misset. Ich glaub, es ist wieder Zeit für einen Joke. Ich kann nicht mehr... Nein! Wie... Treffen sich... Ach ne... Digga, die sind alle zu rough. Egal wie leer Flaschen sind. Es gibt Flaschen, die sind leerer. Jo, moin. Digga, instant eingeschissen vor Lachen. Okay. Jo. Ähm... Wo geht's denn hier lang, Mois? Okay, Mois. Wie soll man denn da rüberkommen? Ich hab mir übelstens Gaffi in der Hose. Ja. Real Rap, den gibt's jetzt als Merch-Artikel. Wo fährst du denn lang, Digga? Fährst du lang? Ich fahr dir hinterher. Verfiss dich. Digga, ich bin aufgeregt. Jetzt komm ich von hinten. Oh nein! Nein! Aber nur homo. Ja. Nein! Oh! 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 Nein! Hä? Wo geht's denn hier lang? Ah! Du Sinek, ey. Wo du längs fährst. Hä? Warum? Guck mal bei mir. Hä? Wieso? Was gibt's denn bei dir? Du kannst beim Dach einfach hochfahren. Gibt's da gratis was umsonst? Ja, da gibt's gratis was umsonst. Nice. Ja, Nikolaus ist jetzt vorbei. Unsere Yeezys sind weg. Und, äh, ja. Ich muss mich konzentrieren. Ich kann jetzt nicht hier... Hast du noch einen Joke auf Lager, Strecki? Strecksen. Michael Strecksen! Ein Joke, bitte. Ich muss mich gerade konzentrieren hier. Ja, moin! Ähm, was haben viele YouTuber und Klärmeister gemeinsam? Was denn? Sie machen Scheiße zu Geld. Ähm, aber uns meinst du damit nicht, ne? Nein. Weil das würde ich nämlich als... Aber alle anderen quasi. Jaja. Das... Wir sind ja keine YouTuber, wir sind Entertainer. Wir sind Lifestyler. Wir sind Influencer. Wie diese Grippevirus. Real Talk, nur noch schlimmer. Ähnlich so wie dieses... Weil Grippe heißt auch Influencer. Boah! Ich weiß. Ich wurde vom Truck gefickt, Alter. Ich hatte auch Mathe... Das nennt sich Objektophilie, glaub ich. Aber... Lassen wir das. Hab ich letztens gehört, dass jemand... aus dem Bekanntenkreis, sag ich mal. Ja. Nennen wir sie... Kollegin Werkstatt. Okay. Die haben so ein Lager und da arbeiten so... Ich sag mal... Behinderte. Da... Das darf man... Und sie... wollte in die Pause gehen. Und... hat... Die haben so ne Stempelkarte, wo man sich halt so ausstempeln muss, ne? Ja. Weißt du, so zack. Okay, ich hab jetzt Feierabend. Oh Mois. Da ist das Ziel! Wo geht's hier lang? Wollt ihr mich verbieten? Wo geht's hier lang? Digga, ich... Nein! Ja! Ja, Mann! Oh! 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 Wenn ihr wisst, wie die Story zu Ende geht, schaut nächst mal wieder rein! Nein! Warte, warte, warte! Okay, schnell! Ich muss abmaubert. Auf jeden Fall, da war halt ein... Da haben Behinderte auch gearbeitet. Sie wollten in die Pause gehen. Ja. Objektophilie. War so ein Typ, der ist objektophil. Okay. Und leckt original an diesem Gerät rum. Hä? Da hat er einfach an dem Gerät geleckt, weil er das geil fand. Naja. Spannende Story, Digga. Hau dir rein! Okay. Das letzte Wort hat, äh, Kollege. Er gibt nochmal einen kleinen Shoutout und ciao. Ähm, make it rain, unsere Bitches. Peace out.